Ich habe es mal geschafft, Battlefy 4 zu desplayen. Ja, das ist schon ein... eigentlich schon... Yo! Yo, Mo, YouTube, ich bin das Wash und ich habe es endlich mal geschafft. Endlich habe ich es mal geschafft, Battlefy 4 zu desplayen. Ja, das ist schon ein... eigentlich schon... Siehst du alles wieder? Ja, aber ich habe jetzt oben die scheiß Chunks drin. F3! Boah! Alter! F3! Habe ich nicht. Doch, drück F3! Moin! Wir spielen diesmal. Das ist so eine komplette Fehlansage. Ja, Moin, YouTube! Ja, herzlich willkommen zu einer Weite. Ja, Moin, YouTube! Ich bin das Wash. Schön, dass mein Game abgek... Vorfassung. Moin! Mein C4 ist weg! Ich bin raus. Nein! Zu spät. Zu spät. Moin, Zen, YouTube! Ich bin das Wash mit einer Runde Battlefy 4. Anstatt um... Apo. Moin, YouTube! Ich bin's das... Ja, Moin, YouTube! Es ist so weit. Battlefield 4 ist draußen und hier wird auch das erste Getl... Getl... Äh, Bö, Bö! Ja, hier. Wo ist die... Axt? Prinz Eisener jetzt? Äh, die hast du schon längst aufgehoben. Hab ich. ich hab da gerade technische probleme ja wie kommt die runde natürlich die falsche klasse moin moin youtube ich bin euer gottchen hey leute was geht moin moin alter kann zum ersten Mann oh wir wurden so ne scheiße moin moin YouTube da sind wir wieder ich bin's egoshi da basti ist nicht da war klar Mann! Moin Moin YouTube, ich bin jetzt euer Goshi vom Game Bistro. Wir sind wieder da und mit dabei sind... Nico? Moin Moin YouTube, ich bin jetzt euer Goshi vom Game Bistro, wer auch sonst. Und eine weitere Folge von Minecraft Survival Maps. Und mit dabei sind... Takira, Devon. Ja, wir spielen Willa's Challenge. Wunderbar. Ey, das gibt es nicht. Moin Moin YouTube, ich bin's, der Goshi vom Game Bistro. Und mit dabei sind... Takira. Bist du Nutte? Moin Moin YouTube, ich bin's, der Goshi. Mit einem Willkommen Back Video. Und mit dabei sind... Wieder mal. Moin Moin YouTube, ich bin's, der Goshi vom Game Bistro und mit dabei sind... Takira, der Neox. Moin Moin YouTube, ich bin's, der Goshi vom Game Bistro und mal wieder eine weitere Folge von... Zerwollen wir jetzt in meinen... Wööööööö. Äh... Ja, so spät am Abend sollte man nichts aufnehmen. Also. Zerwollen wir... Hey. Jetzt ist irgendwas, wo der Ding nicht aufgezeigt, Moment. Was ist falsch? Das war's. Das war's. Das war's.